Das war natürlich nicht so schön, nicht so ganz, im Gegensatz zu der Musik im Hintergrund. Nein, Hintergrund, was war das denn? Keine Ahnung. Oh, Entschuldigung, dass meine Maus gerade so gewackelt hat. Moment, ich muss mich eigentlich hier noch so ein bisschen einfinden. Das war viel zu schnell, denn ich habe kaum Platz für die Maus und das passiert, wenn ich die ein bisschen hochnehme. Okay, gehen wir jetzt vorsichtig vor oder wie machen wir das jetzt? Denn das könnte, glaube ich, wieder in die Hose gehen. Hier geht's raus? Oder kommen wir jetzt... Ich glaube, hier geht's raus, oder? Sind wir nicht von draußen überhaupt reingekommen? Na, irgendwas muss es ja bringen. Eventuell sind wir auf dem richtigen Weg nach Rivet City. Und das wäre ja so abnormal toll. Mit dem Extra gebildet erhalten Sie bei jeder Erhöhung Ihres Levels einen weiteren... Surprise, Motherfucker! Das Spiel ist fast abgestört. Nein, 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 lass mich in Ruhe, du blöde Fender! Heilige Mutter! Alter! Lauf! 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 Es ist dunkel! Alter! Oh nein, verdammt, er folgt uns immer noch! Komm doch her, du Penner! Einer von euch ist kein Problem, aber zwei schon. Das Spiel leckt ein wenig. 13 Frames sind jetzt nicht so viel und die Musik ist jetzt völlig fehl am Platz und du solltest treffen, ansonsten bist du gleich tot. Alles klar, super, super, geil, ich probiere mir ein Simpack jetzt reinzuhauen. Boah, das Spiel geht doch alle mal weg! Wollt ihr nicht, dass ich heute spiele? Nein, dann verpisst euch trotzdem! Nein, damit dreht man sich nicht um. Alter, was ist da passiert? Wollt ihr nicht?